So Leute, ihr wolltet ein Party-Video, hier bekommt ihr es. Hier sind die ganzen Leute von meiner Hintergrundwand. Kleiderschrank, Mädels am Kleiderschrank, muss sein. Die Beleuchtung ist übrigens sehr bescheiße. So, und das wolltet ihr sehen und das habt ihr bekommen. Und bei Herodotorz bekommt ihr, was ihr wollt. Also schreibt in die Comments, was ihr wollt. Also das bekommt ihr. Gebt euch, bam!